So, Hallihallo! Es geht wieder los mit Spinning, Petra und ich. 45 Minuten haben wir uns gedacht, nehmt euch Zeit, nehmt euch was zu trinken, nehmt euch eine Langhandel, sofern ihr sie ausgeliehen habt, vielleicht habt ihr ja auch selber eine, nehmt euch gerne einen Besenstiel, ein Handtuch, falls ihr schwitzen solltet. Okay, wir beide dürfen ja an dem aneinander sein, wir haben aber auch genug Abstand. Außerdem sind wir ja fast ein Haushalt, den man sehen kann. Okay, mach dich bereit, atme schön durch, hol deine Grundspannung in deinen Körper. Gut, dann geht's. Das geht's. Okay, geh ein bisschen ins Blut, ja? So, dass die Beine etwas Widerstand haben. Achtung, wir kommen gleich nach oben, warm seid ihr ja? Noch vier, drei, zwei, komm hoch. Wir wechseln die Armposition, auf drei, Achtung. Noch vier, drei, zwei, an die drei. Und die Ellenbogen gehen nach außen. Wir gehen halb tief und hoch. Ab, halb tief, halb hoch. Halb runter. Hoch, halb tief, halb hoch. Halb tief, halb. Ganze tief, hoch. Tief, hoch, tief, hoch. Tief, hoch. Tief, hoch, tief, hoch. Tief, hoch, tief, hoch. Acht noch. Sieben. Sechs mal. Fünf. Vier noch. Drei noch. Zwei noch. Bleib oben. Wir wechseln. Andere Position vier. Jetzt geht's wieder halb tief und runter. Achtung. Fertig. Halb tief, halb hoch. Halb tief, halb hoch. Halb tief, halb hoch. Halb tief, halb hoch. Halb tief. Und die ganzen jetzt. Runter. 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 Acht noch. Sieben. Fünf. Fünf. Noch vier. Noch drei. Noch zwei. Die letzte. Wechsel noch einmal. An die zwei. Ellenbogen geht noch einmal nach außen. Achtung halbe. Halb tief, halb hoch. Halb tief, halb hoch. Halb tief, halb hoch. Tief, tief, hoch, hoch. Halb tief, halb hoch. Runter, runter, runter. Und die ganzen jetzt. Komm. Tief, hoch. Tief, hoch. Runter. Runter. Achtung. Sieben. Sechs. Fünf. Letzten vier. Letzten drei. Letzten drei. Und den letzten. Bleib mit drin. Und einmal setz. So. Plus bleibt drin. Ich jetzt? Okay. Gut. Dann nimm dir deine Hand, deinen Besenstiel, was auch immer. Untergriff. Schultern runter. Kopf ist. Brustkopf öffnen. Scheibe, zieht hoch. Armwinkel. Lösen. Armwinkel. Lösen. Anwinkel. Lösen. Armwinkel. Lösen. Drück deine Schultern runter. Zieh die Ellenbogen nach hinten. So bleibt. Komm. Armwinkel. Lösen. Hoch. Sieben. Lösen. Mehr. Hoch. Hoch. Lösen. Hoch. Was? Hoch. Acht. Hoch. Höf. Hoch. Acht Stück. Komm. Schön mit Krampf. Sieben. Lösen. Hoch. Richtig schön mit Krampf. Und schön sauber bleiben. Hoch. Hoch. Dreimal. Hoch. Ein. Ein. Hoch. Einmal noch. Hoch. Komm. Lass den Eingewinkel. Eingewinkel. Nach vorne schieben. Lange Arme. Und wieder ranziehen. Die Ellenbogen. Schön zurück. Rück. Halte dich fest. Schieben. Und zieh. Komm. Schieb. Und zieh. Schieb. Schieb. Und zieh. Mehr mehr. Komm. Schieb. Und zieh. Schieb. Arme schön schulterbreit. Komm. Schieb. Zieh. Als ob du ein Tablett servieren möchtest. Schön nach vorne. Und ranziehen. Schön nach vorne. Und ran. Komm, komm. Und ran. Zieh. Vor. Zieh. Wie. Vor. Zieh. Schieb. Zieh. Komm. Vor. Und ran. Lang. Ran. Wies. Ranziehen. Einmal noch. Ran. Und unten steigen. Hof. Ab. wash. Arsch. 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 Lösen, schieb, lösen, zieh, halb, halb, vier, halb, schieb vor, schieb, zieh, schieb, zieh, schön langsam und sauber, gleich vorne, halten, Schultern runter, Brustkopf öffnen, fester Bauch, so, zack, 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 halb, 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 schön halten, schön halten, langsam lösen, ablegen, gut, Arme lösen, Schultern lösen, gut, ja, okay, weiter geht's mit ein bisschen mehr Plus, wir gehen so in den leichten Anstieg, nehmt mal ein bisschen mehr Brust dazu, du mal ein bisschen, und dann kommt ihr an das Winnenspiel, euer Handballstuch, euer Handballstuch, euer Handballstuch oder euer Besenstiel, ja, diesmal mehr als Schulterweiter, gehe weit aus, zieh die Handballstuch einmal in den Brust, ja, schön, wir halten, dann gehen wir einmal nach oben, halten, und noch einmal tief, wem sea, halb, hoch, halten, runter, halten, nach oben, halt, tief, 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 tiefe, tief, tiefe, tief, tiefe, tief, tiefe, tief, hoch,ห, tief, Tiefe, tiefe, ha, ha, tiefe, tiefe, hoch, höher, tiefe, tiefe, hoch, hoch, tiefe, runter, hoch, hoch, runter, runter, hoch, hoch, tiefe, tiefe, hoch, und jetzt bleiben oben. Achtung, wir ziehen jetzt tief und hoch, ohne die Mitte, vier noch, drei noch, zwei noch, Achtung, seit letztem, so, tief, hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief, nach oben, Bauchschlag fest, schon, hoch, acht noch. Sieben, sechs, fünf, vier noch, drei noch, zwei noch, die letzte Beine, Achtung, jetzt ziehen wir das Wort, stopp, 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 halten, halten. Jetzt geht's hoch und wirst uns noch wieder runter. Achtung, fertig, sieh, 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 schnellere, hopp, 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 acht, sieben, sechs, fünf, schnell wieder, drei, zwei, noch acht, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, letzte noch, Achtung, acht, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, drei, zwei, drei, oben, und jetzt geht's nach der Brust, halten, 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 die letzte Beine. Achtung, fertig, halten, halten, trehn, Leute, nicht mehr, Perquè, Astra, sieben, und haben einelage, die letzte Beine. Daniela, mach weiter. Einen halben, Bruder. Komm. Du machst weiter. Dir auch. Dir auch. Ja, mach mit Daniela Weg. Komm. Größe Daniela. Bleib oben. Achtung. Stief. Hoch. Stief. Hoch. Stief. Hoch. Stief. Nach oben. Bauch zu testen. Hopp. 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 Und beide. Stief. Hoch. Stief. Hoch. Stief. Hoch. Arme, Arme, oben. Schiff. 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 Let's nach. Let's lieben. Let's sechs. Halt euch fünf. Halt euch vier. Noch drei. Noch zwei. Die letzte. Hoch. Tief. Tief. Oh, da. Ja, ist so klar. Gut. Okay. Die Hand ist entgegen. Halt euch den Tank. Gib ein bisschen mehr Plus. dass du es halten kannst. Wenn du schulterbreit hier unten bist. Fest. Fest. Komm raus. Halt euch. Halt. 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 Vier. Drei. Zwei. Sitzel. Halt. 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 7, komm, 8, 4, 1, 2, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 6, 6, gleich hier, gleich hier, reichte Hand an die Drücke, komm hoch, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 17, 18, 4, 3, 2, komm hoch, 8, 4, 17, 8, 7, 6, 4, 3, 2, komm hoch, 4, 3, 2, 17, 4, 3, 2, Komm hoch. 4, 3, 2, sitze. Komm hoch. Sitze. Hoch. Sitze. Beide. Beide. Hoch. Runter. Komm. 4, 3, 2, hoch. Unten. Beide oben. Unten. Oben. Unten. Hoch. Komm. Hoch. 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 Pah, 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 Pah. Juhu. Okay. Super. Letztes Mal plus für meine Seite. Ja gut. Hopp. Jetzt gehst du ein bisschen höher. 50% deiner maximalen Weintracht. Hopp. Binde den Sack. Halbherr. Achtung. Jetzt geht es wieder an die Hand. Einmal weiter Passung. Zieh deine Hand hoch. Hopp. Dann mach dich auch fest. Zieh deine Hand über den Kopf. Ganz knapp. Scherb. Bauch zieht noch einmal fest. Wir gehen nach rechts. Tief hoch. Rechts. Über den Kopf. Und der linke Arm. Versuch vergeben zu halten. Bleib gerade. Falsch. Mitte. Achtmal. Und sieben. Die Teile. Noch fünf. Noch vier. Noch drei. Noch zwei. Bleib oben. Halt. Über den Kopf. Zieh die gerade. Zieh deine Hand hoch. Erst geht zur linken Seite. Achtung. Achtung. Vier. Drei. Zwei. Los geht's. Acht. Sieben. Steck mal runter. Fünf. Sieh. Vier. Und drei. Und zwei. Und drei. Wieder hoch. Und über den Kopf. So. Zieh dich immer gerade. Zurück die Brust raus. Bauch fest. Komm. Halt. Und wir wechseln jetzt von links nach rechts, von rechts nach links. Achtung. Vier. Drei. Wir fangen rechts ran. Zwei. So. Los geht's jetzt. Komm. Tief. Hoch. Runter. Hoch. Zieh. Stopp. Zieh. Stopp. Seid. Stopp. Fein. Stopp. Fein. Stopp. Fein. Stopp. Vier noch. Drei noch. Zwei noch. Bleib wieder oben. Ein letzter Wechsel. Ja. Vier mal zur rechten Seite. Vier mal nach links. Achtung. Vier. Drei. Fein. Respekt an. Komm. Vier. Und drei. Und zwei. Den letzten. Letzter Wechsel. Vier. Und drei. Und fest bleiben. Drei. Und letzte. Die Seite. Vier. Und drei. Und drei. Letzter Wechsel. Noch vier. Noch drei. Noch drei. Den letzten. Hoch und hoch. Leck. Heben. Werfen weiter. Noch vier. Und gern. Leg auch mal ein Schlürf. Zitzen. Heben. So. So, ist doch gut. Wenn die nicht auf dem Sofa sitzen? Ja, ich weiß nicht, ob wir heute alles machen. Wir müssen da vertrauen. Bei den albernen beiden. Vertrauen, ne? Es ist hier 6.50 Uhr. Die Sonne steht hoch am Dimmel. Es ist 6.45 Uhr. Meinen Sie das noch ein bisschen mehr? Nein. Die liegen wahrscheinlich auf dem Sofa. Mit einer Kuscheldecke. Haben den Fernseher an und sehen das zweite Stück abgeschüttet. Prost. So. Gut. Komm, dann wieder hoch aufs Rad. Seck, wir, wein, wegstellen. Gut. Wir nehmen die Hand in eine Verländerung. Aber beim Radzug nicht machen, bitte. Besenstiel müsst ihr gucken, ne? Die alten von Omis, die Besenstiele, die halten das aus. Die neuen entscheidend, glaube ich, nicht. Schön vorsichtig. Bauch fest. Schultern. Runterdrücken. Brust vor Rücken. Halt dich schön fest und gerade. Und komm mit. Bereit. Und hoch. Und tief. Und hoch. Und tief. Und hoch. Und tief. Und hoch. Konzentrier dich. Lauf mehr bleiben. Und hoch. Schön sauber. Bauch rein. Schulterblätter zum Kopf hoch. Schön breit. Tief. Und hoch. Zu einem Tag. Ho. Der Tag geht. Bam, 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 bam. Tief. Ho. Mach so weiter. Komm, komm, komm. Tief. Lauf. Komm, komm, komm. Tief. Und hoch. Und hoch. Und hoch. Noch mehr, noch mehr, noch mehr. Komm. Ho. Hälfte haben wir geschafft. Bauch. Und hoch. Tief. Hoch. Alles gut. Halt deine Spannung. Komm hoch, hoch, hoch. Mach geht tief. Komm hoch. Nochmal. Tief. Komm hoch. Tief. Breite Arme. Kleine. Gleich. 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 Schieb. Tief. Schieb. Tief. Tief. Schöne Gorilla-Arme. Komm. Tief. Tief. Guck mal, wir schieben uns ein bisschen. Rechts. Links. Rechts. Links. Tief. Tief. Schieb. Schieb. Ab. 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 Weiter treten. Tief. Und tief. Komm. Ah. Schieb. Komm. Komm. Siehmal. Rüber. Rüber. Komm. Tief. Vier. Komm, komm, komm. Schieb. Schieb. Drei. Tief und biegen. Tief und biegen. Komm. Noch zwei. Jede Seite. Hüpp. Einmal drauf. Bleib gerade. Bleib gerade. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Tief. Hoch. Schön. Graben Ausdauer. Ja. Mehr, mehr. Aus. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Aushalten. Komm. Tief. Tief. Unter und hoch. Mehr, mehr, mehr. Komm. Schiebe. Höch. Höch. Ziehmal noch. Dreimal noch. Zweimal noch. Halt. Und tief. Komm. Halt. 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 Schöne Burilla-Arme. Bleiben. Komm. Tief. Schultern runter. Weg von den Ohren. Bauch fest. Halt. 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 Fester Oberkörper. Halt. 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 Okay. So, wir bleiben beim Plus. Gehen nicht auf die gerade Strecke. Bleiben wirklich in einem leichten Plus. Wer mehr machen möchte, geht noch etwas höher. Nimm deine Hand hier und leg sie mal vorne ab. Ja. Nicht mehr zu dir, sondern nach vorne legen, damit wir hier freier unsere Randposition 1. Ja, wir gehen jetzt hier in den T-Caps. Stabil. Achtung, Handposition. 1, Schulterweite, Handgelenke stabil. 2, T-Caps, Füße. Noch 4, dann geht es nach oben. Noch 3. Noch 2. So. Der Po bleibt über dem Sattel. Hände auf Schulterweite, Handgelenke stabil. Zieh den Bauch fest. Und die Oberarme klemmen meiner Körper. Ganz besser, als wenn du ein Handkopf hier unterklemmen möchtest. Hände auf. Hände auf. Hände auf. Hände auf. Achtung, der Po bleibt jetzt hinten. Aber der Oberkörper geht älter, tiefer vor. Hände auf. Ja. Spüre deine Oberarme Trieze. 5, hex dich. Heiß dich. und lass den Po hinse. Bo bleibt hinter. Klemmen etwas fest. Hände auf. Hände auf. Hände auf. Hände auf. Und dann geht es gleich tief und hoch. Ja. Achtung, zieh den Kopf noch einmal an. Und dein Kopf geht mit im Oberkörper tief. Nicht alleine. Achtung. Achtung. Sieben. Erster Satz. Komm, sechs. Klemmen wir nach. Noch vier. Noch drei. Noch zwei. Geh tief und hoch. Jetzt. Runter. Stopp. Runter und streitig. Tief. Stoppen. Nicht ganz hoch gehen. Hopp. 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 Tief. Drücken. Tief. Drücken. Tief. Drücken. Acht. Sieben. Bein. Rücken. Und fünf. Echt. Drei. Zwei. Und noch mal nach. Jetzt. Stopp. Haft. Sieben. Sechs. Weiter. Halt. Halt. Vier. Hoch. Drei. Hoch. Zwei. Das letzte Mal auf acht. Jetzt. Acht. Und sieben. Und sechs. Hoch. Hoch. Vier. Zwei. Hoch. Den letzten. Hoch und zurück. Wir bleiben stehen. Tief. Ein Platz geschafft. Komm. Halt. Machen wir noch. Ja. Der erste. Bleib über den Kante. Zieh den Bauch fest. Arme schließen an den Körper an. Ja. Hände. Schulterbeine auf die Zwei. Ja. Schieb dich etwas vor. Und bleib fest. Ja. Vier. Drei. Zwei. Hoch geht's. Tief. 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 Nach unten. Runter. Runter. Schulstelle, Alter, mit dem Kopf. Tief. Hoch. Acht. Sieben. Höhen. Sechs. Mal. Fünf. Noch. Vier. Hoch. Drei. Hoch. Drei. Hoch. Achtmal. Acht. Sechs. Vier. Zwei. Letzter. Yes. Acht. Und sieben. Letzter. Haft. Fünf. In den Bauch. Vier. Hoch. Drei. Hoch. Zwei. Und die allerletzten. Acht. Acht. Und sieben. Letzter. Und fünf. Und vier. Und drei. Zwei. Die letzte. Hoch. Rüst. Wärme ab. Tief noch mal fest. Und hälte noch mal tief. Oder fang locker oben. Jo. Stopp. Hopp. Ja. Ganz tief. Glemmert ab. Ja. Oder fang locker weiter. Vino. Halten. Durchhalten. Stopp. 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 Hopp. 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 Acht. Sieben. Leben. Fünf. Vier. Und jetzt in alle oben. Zwei. Eins. Stopp. Und langsam setzen. Löse mal deine Schultern am Ende. Handlenke, Handknockern. Jawohl. So, 30 Minuten haben wir schon geschafft. Heute waren es 25 Minuten. Ja. Gut. Halt noch los. Ich komm. So, ich. So. Erweiterung. So. Handeln. Von unten. Lockere Beine. Pass auf deine Knie-Scheibe auf. Ja, ruhig ein bisschen mehr. Widerstand, dass du lockerst, aber kontrolliert fahren kannst. Gut. Schulterbereich. Und ein bisschen weiter. Hälfte. Hälfte. Schulter. Hälfte. Hantelscheibe. Na. halt. Und ziehen. Hälfte. Lösen. Und ziehen. Lösen. Rass. Holda. Holda. Sauber sein. Komm. Zieh. Holda. Und ziehen. Holda. Komm hoch, hoch. Und tief. Glatt, achtmal. Komm, das Tempo. Lösen. Schieben. Lösen. Fest. Hoch. Komm und nach. Auge hoch. Auge hoch. Viermal, viermal. Komm, hoch. Und lösen. Drei noch. Und lösen. Drei noch. Lösen. Einmal noch. Achtung, wir halten. Denk. Halte. 90 Grad. Halt. Halt die Schultern, gehen schön runter. Der Brot ist auf. Warnwinkeln. Hochschieben. Lösen. 90 Grad mehr. Rang, ziehen. Hochschieben. Acht. Lösen. Achtung weiter. Komm. Rang. Und hoch. Oder? Und lösen. Ja. Rang. Und hoch. Oder? Und lösen. Viermal. Ziehen. Und hoch. Und hoch. Oder. Drei. Ziehen. Und hoch. Ein. Und zweimal noch. Laufer bleiben. Ranziehen. Hoch. Einer. Neun. Und hoch. Und hoch. Wir bleiben hier. Bleiben hier. Bleiben hier. 90, 90. Halt. 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 Vier. Drei. Okay. Alles weg. Drück nach oben. Halt. Drück. 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 Komm. Acht. Sieben. Sechs. Völf. Vier. Drei. Bein. Halt. Halt, 90, 90, halte, schön auf Schulterhöhe, deine Ellenbogen, halte, 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 langsam, langsam, lösen, lösen, streng, halte, halte, und ein bisschen nach vorne schieben, halten. Halte, 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 serviere das Tablet, halte, 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 und langsam, langsam, lösen, Schultern locker, Arme locker, trinken was, bleiben schön hier auf dem Spinningrad sitzen, und nicht wieder aufs Sofa, gleich habt ihr es geschafft, ja, wir gehen noch einmal mit mir an die Hand, wieder mehr als Schulterweite, okay, und jetzt eigentlich erstes Mal, Leute, nur Tatsam, in Schwedenberg, ja, Tatsam, Tatsam, ja, Tatsam, komm, komm, klettern auf die Berge, komm, nicht hochgehen, wir sind jetzt mal schwere Berge, ja, in die Hande, mehr als Schulterweite, wieder von oben, vier, drei, dann kommt die Hand wieder zur Hust, jetzt, komm, abhalten, weiter als Schulterweite, ziehen wir die Nähle und Bogen etwas hoch, Schultern zu tief, dann geht's vor und zurück, ja, vier noch, drei noch, zwei noch, jetzt, komm, schieb, rein, bitte nicht für meine Schulterweite, 21, 2, 3, 5, 7, 6, und 5, 4, 3, Drei, Bauch bleibt fest. Zwei. Und halten vorne. Halt, halten, halten. Ja, das war gut. Ja, fremd die Arme. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei. Los geht's. Rad, vor, ran, vor, ran. Habe Daniela vorher nicht gesagt, dass wir so lange halten wollen. Ja, das war so mal. Und schau, sieben, mit dem Stil. Zack. Ja, vor, komm. Erstmal. Ja, oder bleib locker. Möchtiger Zeit, bleib locker, sieben, sieben, oder bleib locker. Ja, da geht er mir mal. Rund, 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 vor, komm. Acht. Nach vorne, letzten, sieben, letzten, sechs, letzten, fünf. Und in vier. Schief. Drei. Halt, zwei, vor. Die letzten Halt sind entweder vorne oder an der Brust. Halt, zwei, vier, drei, vier, drei, zwei, drei, drei, zwei, drei, vier, drei, zwei, drei. Und aus. Okay, leg gerne an die Nacht. Und dreh schon mal ein kleines nach außen, nicht fest der Wehr. Ja. Jetzt drück mal den Locker. So. So, gleich das letzte Lied für euch. Mit der Sehner. Tatsang ist angekommen. So, letztes Lied. Gut, lass mal locker. Dreh so ein bisschen zu los, bis die Knie schneiden. Und noch mal fest, aber aufrichten. Arme zusammen, halb. Wann noch mal? Ich weiß, hier ist noch einer rein. So, guck mal. Drei, drück, licht, ab. Ein. So, ich hab noch mal getan. Fünf, drei. Als ob du mit dem L-Songen paddeln oder hudern willst würdest. Paddeln. Drei, 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 fünf, fünf, fünf. Hup, vier fest. Vier, drei, drei, noch. Eins. Und diese Kraft, die hält dich. Ganz wenig, ganz wenig. Die Kraft hält dich. Komm, vertraut ihr. Ohne Gewicht, auf die Hände. Ja? Schön lösen. Halt, 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 halt. Gut. Reichsleit, links ins Hinten. Halt, halt, halt. Fixier den Oberkörper. Brust, Spannung. Halt, halt, halt. Halt, halt. Wechsel mal die Hände. Komm, zack, 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 zack. Bleib fest. Schön hier vertrauen. Vertrauen. Vier. Vier, drei, zwei, wechsel jetzt. Komm, zwei, wechsel. Wechsel, wechsel, wechsel. Zack, wechsel. Komm. Hüpf, 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 hüpf. Noch mal. Zack, 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 zack. Einmal noch. Witzig. Witzig. Halt. Anspiteln. Schuhe wieder runter. Paddel, paddel, zurück. Rück, rüch, 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 rüch. Drei, 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 drei. Zack. Letz. Vier, drei, zwei, lösen. 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 Minus. Locker fahren. Oh. Super gut. 45 Minuten habt ihr durchgehalten. Bis vier. Fertig. Fertig. Bis bald. Bleib mit. Hoffentlich bald hier. Beide hier.